Was? Ich habe mir ein Trikot gekauft. Ich war der einzige Deutsche in ganz Deutschland. Ich saß in München im Public Filming. Ich habe das an hier, verstehst du? Da saß ich so hier mit dem Schweizerkreuz und dann kamen die Leute zu mir. Was ist das? Sag ich, das ist ein Schweizer Nazi Trikot. Wo ist Nazi, du rechte Sau? So hier, ich hatte solche hellblauen Eiern so weit. Die Schweizerkreuz-Weltmeister. Alle waren Respekt und die Schweizer. Und nach dem Elfmeterschissen, dann bin ich bemitleidet worden. Weißt du, von Albanern, so nis wie so nis wie so nis wie so nis wie so nis. Ein Österreicher kam hier, bitte meh, so nis wie so nis wie so nis. Was für ein Elfmeterschissen, was sollte denn das gewesen sein? Werde ich nie vergessen. Ich hab mir gedacht, so... Kann man Elfmeter nicht so schießen, dass wir glauben, dass die Meinen wollten, dass er reingehen sollte? Aber wir haben es alle gewusst, oder? Schon bevor der Schuss fiel. Marco Streller steht da. Ich frag sie so, was macht der dann? Was spinnt der, wenn wir die linke Spinnigkeit prüfen? Wo käuscht der an? Ich hab den Tor-Ark-Hypnotis in... ... aber dazu hätt er halt nis wie so nis wie so nis wie so nis. Wir hoffen, dass die Schweiz es besser macht bei der Europameisterschaft, Freunde. England ist nicht dabei, also das Zitter ins Spiel. England gegen die Schweiz, Elfmeterschiss, blind gegen Torlos.